Die Polizei in Springfield Wollte einer von euch es jemals wagen, sich wieder betrunken an Steuer zu setzen? Dem wird dieser Film gewaltigen Schreck einjagen! Hey, halt Jungs! Das ist der falsche Film! Ob du ein Mädchen erobern oder eine Nuss knacken willst, das Geheimnis heißt, hartnäckig bleiben, nicht aufgeben und niemals die Nerven verlieren! Martha Washington wird gespielt von Lisa Simpson George Washington wird gespielt von Ralph Wigan Was? Schluss, du verdammte! Lasst euch das eine Lehre sein, ihr beknackten Nüsse! Okay, das ist nicht objektiv, sie hinterhältige Kuh! Das ist doch absurd, Rex! Ralph hat die Rolle völlig zurechtgekriegt! Das ist das Signal! Nimm die Klammer vom Rad, Jungs! Bekriegt? Weißt du, mein Sohn, unterschätze niemals die Attraktivität eines Mannes in Uniform! Wigan, wie sind Sie an die Karten gekommen? Krass, die weiß! Eine Hand wäscht die andere! Ach, nichts geht über einen geilen Pornofilch! Das habe ich des Polizeichefs gemacht! Wo habe ich denn bloß meine Dienstmarke? Ey, die ganz da hat sie! Nun komm schon, gib sie wieder her, ich brauch sie! Ach, dann behalt sie! Ist das die Filze? Ja! Du hast es erfasst, der Flop einer Filze! Ach, sieh sich einer das an! Achtung an alle Einsatzwagen! Tumultartiger Aufruhr in der... Heute Abend nicht! Hey, hey, Bill! Sowas erzählt man Kindern eigentlich nicht! Ehrlich nicht? In der Fassung habe ich doch meine Hose anbehalten! Genau, an der Stelle! Ich schwere Ihnen! Eines Tages lassen sich ehrbare Bürger von Korb, wohl nichts mehr gefallen! Tatsächlich? Oh nein! Gibt's abher schon einen Termin? Alles klar, Jungs! Jetzt werden wir uns diesen Viehdieb schnappen! Was in Gottes Namen soll dieses Polizeiaufgebot? Er wollte zubeißen und kriegte Maulsperre! Hier, sehen Sie nur, ich kann meine ganze Faust reinstecken! Äh, nee, nehmen Sie aus! Nicht 742 Evergreen Terrace? Nein, das ist eindeutig nebenan! Ja, fast! Aber ihr müsst noch ein bisschen üben, ihr Boll! Leute, die Vorstellung ist zu Ende! Hier gibt's nichts mehr zu sehen! Ach, du meine Güte! Ein furchtbarer Flugzeugabsturz! Los, kommt her! Seht euch das brennende Wrack an! Keine Angst! Tretet näher! Das muss man gesehen! Eine Fahndung rausgeben nach einem männlichen Verdächtigen! Er fährt... ...einen Wagen irgendeiner Marke und ist unterwegs in Richtung... Ihr wisst, wo dieser Chiliimbiss ist! Der Verdächtige trägt keinen Hut! Ich wiederhole keinen Hut! Ja, hallo! Tja, ich habe leider eine schlechte Nachricht für Sie, Mrs. Simpson! Ihr Mann wurde ertrunken gefunden! Oh mein Gott, ist er tot! Moment, er wurde für betrunken befunden! Die beiden Begriffe bringe ich immer durcheinander! Ich bin Mrs. Phillips, Sie sagen, mein Mann wurde für betrunken befunden? Wenden Sie sich doch bitte an meinen Kollegen dort drüben! Ich gehe jetzt zum Essen! Kommen Sie mit dem Wagen sicher nach Haus? Aber klar, Riesenbierkuch! Au! 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 Um Himmels Willen! Macht sogar irgendwie Spaß! Juhu! Lass die Hunde raus! Sie sind aber ziemlich wütend aus! Ja, ich habe sie hungern lassen, ein bisschen geärgert! Und dazu noch falsch gesungen! Mami! 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 Hilfe, Polizei! Hey! Ich habe im Moment selbst genug Probleme! Oh Mann! Jetzt wird es noch schlimmer, bevor es besser wird! Ui! Das sieht gar nicht gut aus! Da muss ich mit meinem alten Wiggencharme vorgehen! Mami! 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 Oh Mann! Das klingt überhaupt nicht gut!